Luxio ist ein Pokémon mit dem Typ Elektro, existiert seit der vierten Spielgeneration und ist die Weiterentwicklung von Shinox und kann sich selbst zu Luxtra weiterentwickeln. Luxio ist ein Löwenartiges Pokémon. Sein Vorderkörper ist mit blauem, der Hinterkörper mit schwarzem Fell bedeckt. Der Kopf hat eine schwarze Mähne mit großen blauen Ohren, die man klar durch die Mähne hindurch sieht. Das Innenor ist gelb, die grimmig dreienblickenden Augen haben eine auffallend gelbe Iris und Pupille. Die Vorderbeine haben am Knöchel je zwei goldenen Ringe um sich herum und der recht lange Schlaf ist am Ende mit einem gelben, vierzackigen Stern verziert. Die shiny Form trägt dabei ein gelbes Fell. Mit der Entwicklung auf Level 15 bekommt er zu seinen normalen Attacken, die er durch Shinox schon hatte, noch Attacken wie Funkensprung, Brüller und Voltwechsel hinzu, alles hauptsächlich vom Typ Elektro oder Normal mit einer Mischung aus Status, speziellen und physischen Attacken. Eine mögliche Fähigkeit ist der Bedroher durch den der Angriff des Gegners gesenkt wird. Alternativ kann es die Fähigkeit Rivalität haben, wodurch der Schaden erhöht wird, wenn das Ziel dasselbe Geschlecht wie Luxio hat und die versteckte Fähigkeit die es haben kann, ist Adrenalin und steigert den Angriff bei eigenen negativen Statusveränderungen. Luxio ist ein angriffslustiges Pokémon. Wenn es einen Gegner entdeckt, fährt es die scharfen Krallen in seiner Vorderpfoten aus. Es kann mit Hilfe dieser Krallen, durch deren spitzenden Strom fließt, starke elektrische Schläge von sich geben, die Gegner bewusstlos machen. Wenn zwei von ihnen ihre Schweife koppeln, können sie ihre Elektrizität miteinander teilen und so noch stärkere Stromschläge abgeben. Luxio legt seine Vorderpfoten auf jene von Artgenossen, um über elektrische Impulse zu kommunizieren. Dabei kann man Luxio in Jotus, Sinnoh 1, Kalos, Alola, Gala und Paldea finden. Genau wie seine vorenwirkten Shinox bevorzugt auch Luxio sonnige, warme Plätze. Da bestellt Luxio den mittleren Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe dar und entwickelt sich auf Level 15 des Shinox und entwickelt sich auf Level 13 zu Luxtra weiter. Im Verlauf der Evolution wird es immer grimmiger, aber auch deutlich stärker und löwenartiger. Die Mähne wird immer größer und der Scheif wird länger. Shinox hat je einen Goldring an sein Vorderbein, Luxio hat 2 und Luxtra sogar 3 und mit seinem Typen Elektro nimmt es halben Schein gegen Flug, Stahl und Elektroattacken, doppelten Schein gegen Brunnerattacken und der Rest macht normalen Schaden.